...Ziemlich protzig. Sie stammt aus dem 6. Jahrhundert. Das heißt, sie existierte schon Jahrhunderte bevor es Frankreich gab. Nachdem die Revolution begonnen hatte, waren Kirchen nicht sehr beliebt. Die Abtei wurde geplündert und in ein Lagerhaus umgewandelt. Die Templer nutzen die Gelegenheit und stahlen wertvolle Artefakte. Ihr müsst sie zurückholen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Mit dem, der das getan hat, und zwar sofort. Okay, dafür wird jemand böschen. Das wirst du bereuen. Wo ist der hin? Einen Moment, Bürger! Ach, jetzt mit deinen adigen Freundenstern. Ich glaube, hier wird gleich ein freiges Verbrechen begangen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Was war das? 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 Was war das?